Hi Leute, Mr. Cleopatra hier. Heute stelle ich euch mal eine Shisha Bar vor in Kelkheim. Das ist 54 Karat. Louis der Chef. Wir überraschen ihn mal. Ist zwar schon Feierabend, aber das Video kommt. Lass uns mal reingehen. So, wir sind jetzt in dem Laden drin. Seht ihr auch direkt hier. Es geht hinten nochmal weiter. So, liebe Freunde, hier ist der Chef, der Louis. Servus Leute. So, wir sind in Kelkheim. 54 Karat. So, was kannst du uns über den Laden so erzählen? Wir sind in ein kleiner Laden in Kelkheim, in Taunus. Haben die besten Gäste. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Wir haben tolle Tabaksorten da, wie Waldmeister, Raffaello, Schokomuffin, Oreo. Was haben wir noch? Wir haben die Original Shisha mit vollem Genuss, vollem Geschmack. Und haben auch Pfeifen, Kaya natürlich. Wir haben auch alles andere. WUKA, MPS. Was haben wir denn noch da? Wir haben die Original Shisha da. Aushandgemacht Porzellan. Ein paar Sachen haben wir zu bieten. Super Getränke, super Preise, eigene Eisteesorten. Kommt vorbei und genießt die Shisha. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.